Das ist unser 13. Oldtimer- und Traug-Treffen hier auf dem Schützenplatz. In diesem Jahr sind es ungefähr 430, die hier auf dem Platz durch ein ständiges Kommen und Gehen fürs Publikum sorgen und auch die Teilnehmer untereinander viel miteinander klönen, Neuigkeiten sehen. Eines der schönsten Erlebnisse ist, immer wieder zu sehen, wie die Teilnehmer sich freuen, wieder hier zu sein. Also das ist für mich das Schönste, dass alle glücklich und zufrieden sind und dass natürlich klar alles mit Bewertung und so weiter funktioniert, dass jeder wirklich zufrieden wieder vom Platz fährt und sagt, ich habe einen Tag Spaß gehabt. Das Besondere an dem Motor und dem Auto ist so, dass der Motor auch das Getriebe und das ganze Fahrwerk komplett alles auseinander war und restauriert und dann alles wieder eingebaut. Und das ganze paar Mal, was beim ersten Mal natürlich gleich funktionierte. Hier die Zündung eingestellt wird, Vor- und Spätzündung eingestellt, alles über Gestänge oder hier zum Beispiel auch das Standgas über Gestänge geregelt wird. Also sehr viel mit Mechanik zu tun hat, was mir besonders viel Spaß gemacht hat. Das Besondere an dem Auto ist eigentlich, dass der früher, also 1937 sogar nach Österreich gefahren ist, nachweislich anhand meiner alten Unterlagen. Und nach Salzburg im Herbst, das heißt im September genau gesagt, konnte man halb von Unterlagen sehen. Und es war halt so, dass hier extra eine Heizung eingebaut wurde, damit der Beifahrer nicht frieren musste. Das war eine ganz besondere Sache, sowas hat kein anderer, soweit ich das weiß. Und ja, das ist noch ein bisschen zu dieser Geschichte von dem Auto. Meinetwegen, man macht so eine Ausfahrt ins Grüne, dann ist es natürlich klar, dass man wie bei James Bond immer irgendetwas mitnehmen muss. Das ist zum Beispiel das hier. Das sieht man dann halt so, eine kleine, die Flasche wird dann hier gehalten oder man hat auch bestickt Salzstreu, das Ganze, sogar mit Flaschenöffner und die entsprechenden Gläser dazu. Also eine ganz witzige Sache. Man kann sogar auch den Klotz Butter mal schneiden oder die Wurst. Das ist alles mit drin. Das hat mir meine Frau mal geschenkt. Und das werden wir auch sicherlich nutzen. Das ist ein Familienstück. Meine Frau ist eine Stöver, eine Geborene. Ihr Großvater hat diese Fahrzeuge gebaut. Dieses Fahrzeug ist jetzt Baujahr 34, also 76 Jahre. Der ist 1200 Mal gebaut worden, in Stettin. Aber das ist jetzt der einzige in dieser Art, der noch übergeschrieben ist. Also wir haben noch 200 fahrbare Stöverfahrzeuge auf der ganzen Welt. 50 Stunden sind wohl immer drauf. Was man immer dran basteln muss, weil ja doch irgendwas immer den Geist aufgibt. Wir haben ihn jetzt circa zehn Jahre. In den zehn Jahren haben wir vielleicht sechs, sieben Tausend Kilometer gefahren. Vögel ist das Ende. Vögel ist dito hoch! In Führung bei einem Pond zu öxen er subtipen war denn wir da noch mal. Ja, hervorragend. Wir sind das erste Mal dabei gewesen und hat uns gleich viel Spaß gemacht, natürlich bei diesem Wetter. Vielen Dank.